Zuletzt bei Horizon Forbidden West. Gemeinsam mit Kaplanin Dekka sind wir auf der Suche nach ihrem Sohn, welcher sich vor einiger Zeit freiwillig den Rebellen Regalas angeschlossen hat. Eine Gefangene in einem Außenposten erzählte uns, dass ihr Sohn weiter Richtung Süden unterwegs ist und Dekka brach direkt dorthin auf. Wir besorgten aber vorher noch ein paar Maschinenteile, damit im Hain nun wieder die Arena aufgebaut werden kann. Hier können wir gegen Maschinen antreten und dafür Arena-Medaillen erhalten, die wir wiederum gegen sehr großzügigen Loot eintauschen können. Yo guys, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Forbidden West und ich habe ordentlich gegrindet, aber ich habe dabei ein ärgerliches Ende genommen. Ich habe ziemlich viel in der Arena gekämpft. Ich habe die komplette erste Stufe abgeschlossen, Freunde. Ich habe die komplette zweite Stufe abgeschlossen. Und bei der dritten Stufe habe ich das erste auch noch geschafft, aber das zweite nicht mehr. Zwei Versänger, Freunde, das sind zwei Feuerhunde und ich komme nicht mehr dazu, einen von denen zu töten. Die nehmen mich einfach komplett auseinander und dann soll ich auch noch beide in einem Minute 20 schaffen. Das Ärgerliche, ich habe jetzt 73 Medaillen. 73. Und ihr wisst es vom letzten Mal noch, Freunde, 80 brauchen wir, um einen fetten Bogen zu bekommen. Aber ich sage mal, nicht so schlimm. Wir können ja irgendwann später wiederkommen. Und das Gute ist ja, dass wir beim letzten Mal uns schon neuen Stuff holen konnten. Schaut mal, da ist nochmal ein Text, Ausstellungsstücke. Okay, da geht es irgendwie aus dem Museum, aber das fühle ich jetzt leider nicht so. Ich habe es einmal eingeblendet. Ihr könnt es pausieren, falls ihr es lesen wollt. Also wir haben jetzt zwei neue fette Bögen, die wir uns jetzt über die Außenposten-Medaillen holen konnten. Was auch schon mal ziemlich gut ist. Und da will ich jetzt gleich mal schauen, ob ich die verbessern kann. Weil damit können wir nämlich raus in die weite Welt ziehen. So. Und hier Waffen-Upgrades. Richtig. Dieser Jägerbogen, Freunde, der gehört geupgradet. So, wir erhöhen jetzt erstmal den Schaden um sechs. Das ist sehr gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Bam. Let's go. Zack. Und wow. Direkt fürs Nächste habe ich schon nichts mehr. Flutschlitzer, Heckflosse und Steinbrecher-Grabklaue. Ich glaube, diese Monster haben wir beide noch nicht gesehen. Kann das sein? Alles klar. Und der Scharfschlussbogen kriegt auch erstmal hier einen schönen Schadensboost. Wahrscheinlich brauche ich jetzt wieder irgendwelche Sachen, die ich noch nie hatte. Panzerschnapper, Panzerbolzen. Okay, da müssen wir nochmal so eine Schildkröte finden. Alles klar. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, der Scharfschlussbogen, der ist mir jetzt ziemlich egal. Outfit-Upgrades. Auch nicht für das, was ich gerade trage. Da brauche ich immer noch diese Krallenschreiter-Beutelgewebe. Da muss ich mal gucken, wie ich an die rankomme. Aber ich habe noch zwei Beutel-Upgrades. Wahrscheinlich durch die Knochen, die ich beim letzten Mal bekomme. Ab hier, Stachelholster erhöhen. Let's go. Und Fallenbeutel erhöhen, dass wir sechs Stück tragen können. Das ist actually ziemlich, ziemlich, ziemlich strong. Cool. Damit bin ich doch schon mal zufrieden. Wir könnten jetzt mehr Fallen herstellen, aber bin ich jetzt nicht so interessiert daran. Aber ja, wir haben jetzt auf jeden Fall recht gute neue Ausrüstung. Stimmt, ich kann sogar zwölf von denen tragen. Was übel cool ist. So. Und fehlt jetzt hier auch noch irgendwo eine Kiste, die ich nutzen kann, dass ich quasi alles, was ich jetzt verbraucht habe, instant wieder auffüllen kann. Ja. Geil, da ist sie. Dann öffnen wir kurz den Vorrat. Füllen alle Kategorien auf. Wir schicken ja immer sehr, sehr viel an unseren Vorrat. Gut. Und dann sind wir hier, glaube ich, erstmal fertig. Wie gesagt, sehr ärgerlich, dass ich jetzt noch nicht an die 80 Medaillen rankam. Bei 73 Medaillen war leider Schicht im Schacht. Glaubt mir, ich habe diesen Kampf gegen die Versicherung, glaube ich, zehnmal probiert. Und ich habe kein einziges Mal auch nur einen von ihnen kaputt bekommen. Meine Waffen sind einfach noch zu schwach dafür. So. Dann geben wir jetzt noch unseren Bögen ein paar passende Spulen. Erhöht beim Fallen oder Gleiten den Schaden. Erhöht den Schaden gegen arglose oder misstrauische Gegner. Tarnschaden. Oh, das ist actually, das nutzen wir. Das nutzen wir, Freunde. Und zwar auf unserem Scharfschussbogen. Die nutzen wir sowieso nur, wenn wir sozusagen sneaky unterwegs sind. Und dann packen wir doch gleich noch das hier drauf. Erhöht den Schaden gegen arglose oder misstrauische Gegner. Ich glaube, arglose ist, dass die halt gar nichts von uns wissen. Ultrastrong. Richtig gut. So. Und auf unserem normalen Jägerbogen, der hat hier diese, einfach, habe ich irgendwas, was, was einfach viel Schaden macht. Erhöht Reisschaden an außenliegenden Rohstoffbauteilen. Erhöht den im Konzentrationsmodus verursachten Schaden. Das ist geil. Das verwende ich häufig. Stoßschaben, CO der Aufladegeschwindigkeit. Auch nicht schlecht. Äh, aber ich glaube, ich nehme das hier. Weil ich schieße oft in Slow-Mo. Und dann machen wir da einfach 10% mehr Damage. Also, ja. Let's go. Alles klar. So. Und jetzt ist die Frage, Guys. Wie machen wir weiter? Über Spannentrank, Ausdauertrank. Nee, das ist schon alles gut. Ich mache nochmal hier ein paar Gesundheitstränke. Nicht genügend Platz im Trankbeutel. Was ist denn in meinem Trankbeutel? Warum? Hä? Warum habe ich in meinem Trankbeutel keinen Platz? Was soll das denn? Ähm. Hier. Ach, passen da nur drei Tränke rein? Äh. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Ähm. Okay, aber nicht so schlimm. Solange wir Tränke haben, ist das in Ordnung. Ich möchte heute mit euch. Ähm. Oh, stimmt. Ich wollte noch dieses Beutelgewebe holen. Okay, Freunde. Ich bin jetzt auf jeden Fall deutlich besser ausgerüstet. Wir probieren nochmal da vorne diese Krallenschreiter zu jieten. Und ihr habt mir, glaube ich, gesagt, äh, damit ich an dieses Beutelgewebe rankomme, darf ich denen irgendwas nicht abtrennen. Weil ich sonst das Gewebe kaputt mache. Ich muss jetzt nochmal ganz genau anschauen, wie wir am Beutelgewebe rankommen. Ich glaube, da habe ich bei den letzten Malen irgendwas verkackt, was ich heute besser machen möchte. So, stimmt. Jetzt alle Beeren, die ich sammle, schicke ich in den Vorrat. Aber hey, das ist doch gar nicht so schlecht. Alles, was im Vorrat landet, ist, äh, gut aufgehoben. So, jetzt scannen wir die nochmal. So, Säurekrallenschreiter. Da, was haben wir hier für Beute? Äh, Maschinenkern, Panzerplatte. Okay, hier ist noch kein Beutelgewebe. Dann hier der Metallbissbeutel. Elementar, genau, das brauchen wir. Von den Überresten eines Elementarkrallenschreiters mit einem intakten Brustbeutel. Okay, okay, okay. Das heißt, ich darf den nicht im Brustbeutel kaputt prügeln. Verstanden, verstandene. Dann, ich kann den, den Hintern abtrennen. Da kriege ich eine einsetzbare Waffe, was actually ziemlich cool ist. Und ich kann den noch hinten was abtrennen. Okay, alles klar. Also, Freunde, das bedeutet, dass wir den nicht auf den Brustbeutel schießen. Sondern ich werde mal versuchen, den Hintner da was abzufrennen. Wow, ich habe nicht getroffen. Zack, aber das war der Hintern, Freunde. 300 Damage auf dem Hinterteil. Scheiße, ich habe schon wieder verschillt. Okay, ich muss sehr aufpassen. Ich treffe die einfach nicht. Das ist zum Heulen. Ich bin so schlecht. Jetzt. Und 400 Schaden. Ach du Scheiße. Der hat keine Ahnung, was abgeht. Der hat wirklich keinen Schimmer, was mit ihm passiert. Nicht auf seinen Beutel schießen. Auch wenn ich da gerne hinschießen würde, muss ich zugeben. Oh, aufpassen. Kann ich bei dem noch sein Hinterteil treffen? Scheiße. Wir schießen ihm einfach mal in die Fresse. Okay, der Typ ist... Der Dude ist down. Sehr schön. Und das Beutelgewebe sollten wir jetzt bekommen, ne? Wenn ich das Game hier richtig verstanden habe. Sehr gut. Nicht auf den Beutel schießen, auch wenn es sich so anbietet. Alles klar. So, dann geht es jetzt in den Nahkampf, Freunde. Aber wie gesagt, ein Beutelgewebe sollten wir schon mal bekommen haben. Ich weiß gar nicht, wofür haben wir das Beutelgewebe gebraucht. War das eventuell für eine Waffe, die ich jetzt gar nicht mehr benutze? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Geil. So, da ist wieder die Überspannung. Ich schieße mal hier auf seinen Rücken, nicht auf seinen Beutel, guys. Zack. Oh, damn. Boah, das ist so schwer, den nicht auf den Beutel zu schießen, weil das halt so ein präsentes Ziel ist, was gleichzeitig dazu eben auch noch viel Damage macht, wenn man es trifft. Okay. So. Kriege ich das, was ich möchte? Jawollo, da ist es. Krallenschreiter, Beutelgewebe. Let's go. Nee, die Nacktschützerin. Das war für unsere Rüstung. Das haben wir für unsere Rüstung gemacht. Und das ist actually dann sehr, sehr, sehr gut. Okay. Optimaler Überfall auf die Kollegen, guys. Der andere müsste, glaube ich, hier irgendwo liegen. Da liegt seine Waffe. Aber wo haben wir... Hä, wo liegt der? Wo liegt der? Hä? Sag nicht, der ist despawned. Sag nicht, der ist despawned. Ach, come on, ist das schlecht. Nee, oder? Deren Waffen liegen da noch? Ich glaube, der ist einfach weg. Ich glaube, der hat uns... Die haben uns einfach verlassen. Die Leichen sind einfach weg. Wow. Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Oh, wie ärgerlich ist das denn? Das ist sehr frustrierend. Das ist wirklich sehr frustrierend. Das fühlt sich jetzt sehr unrewarding an. Ähm... Ja. Na, kann man... Denke ich... ...nichts machen. Die Waffen liegen da noch. Das ist schön. Nein, du! Oh, er liegt da doch noch. Ich hab nichts gesagt. Beutelgewebe Nummer zwei. Ich hab nichts gesagt, Freunde. Und jetzt können wir upgraden. Sehr gut. Alles klar. Wir düsen jetzt aber zurück. Ich möchte jetzt hier runter. Weil hier unten können wir mit Decker auf die Suche nach ihrem Sohn gehen. Und dann würde ich sagen... Äh... Ne, warte mal. Wo ist denn die andere Quest? Hier ist Poseidon. Lol! Ne, Freunde. Ganz ehrlich. Dann gehen wir jetzt gleich hier hin. Oh, warte mal. Hier ist auch noch eine Quest. Hallo? Warum waren wir da noch nicht? Ähm... Ne, Freunde. Wir gehen direkt... Obwohl... Ne, komm, wir bringen jetzt diese Decker-Quest zu Ende. Und dann gehen wir zu Poseidon. Ich möchte auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit weniger von diesen Sammelaufgaben machen. Wie gesagt, ihr habt es jetzt auch so ein bisschen gesehen wie bei der Arena. Das mache ich einfach offscreen. Und wie gesagt, die Kämpfe waren jetzt auch nicht so spannend. Ich bin auch häufiger mal gestorben. Aber man verbraucht da nicht mehr Ausrüstung. Also man kriegt ja die Ausrüstung immer aufgefüllt. Das Einzige, was man macht, ist, man zahlt Scherben. Ich glaube, ich habe insgesamt für all meine Versuche 4000 Scherben oder so gezahlt. Ähm... Aber ich saß jetzt wirklich einfach eine Dreiviertelstunde dran. Hat einfach Maschinen geprügelt. Und das wäre jetzt, glaube ich, nichts, was einen Mehrwert für ein Display liefern würde. Und deswegen will ich jetzt auf jeden Fall mich in den Parts vor allem auf... Oh, what? Hier ist ein Außenposten? ...des Tieflandgebiets. Ach, achso, aber ein freundlicher Außenposten. Okay, alles klar. Ich sollte erst Vorräte aufstocken. Du bist sicher die Streitung. So, nee, das passt. Hier will ich eigentlich gar nichts machen. Was hast du für mich? Und dann, wie gesagt, in den Parts selber mich vor allem auf die Quests orientieren. Haupt- und Nebenquest. Du bist im Tiefland sehr bekannt, Ostländerin. Du hast unseren Marschallen und unserem Häuptling geholfen. Ich bin dir dankbar. Ich sag dir mal was. Ich teile mit dir, was ich höre und was ich weiß. So rennst du nicht unwissend durch die Gegend. Ja, ich höre. Ich würde sagen, im Tiefland leben die gefährlichsten Maschinen im verbotenen Westen. Du solltest im Jagdgebiet im Südwesten vorbeischauen. Etwas trainieren. Ein, zwei neue Tricks lernen. Ich werde daran denken, wenn ich dort bin. Danke. Okay, danke dafür. Ich glaube, die Jagdgebiete hätte ich auch so gefunden. Aber, äh, sehr lieb von dir, Kollege. Ich habe eine sehr ausführliche Karte, auf der ich mich bewegen kann. So, aber ich will jetzt auf jeden Fall zu Decker. Weil ich wissen will, ob sie in der Lage ist, ihren Sohn wieder, nun ja, auf die für sie persönlich gute Seite zu bringen. Das ist ja auch immer noch Ansichtssache. Was die, äh, Entschuldigung, richtige oder falsche Seite ist. Aber ich bin mir sicher, dass es hoffentlich ein gutes Ende nimmt. So, Spiele machen heutzutage häufiger mal die Enden einer Quest nicht so ganz, wie man sie sich wünschen würde. Sagen wir es einfach mal ganz vorsichtig so. Ja, hier stürmt es permanent. Aber wir kommen hier schon dank unseres Stürmers irgendwie durch dieses sehr durchwachsene Land. Wir reiten sehr weit in den Süden gerade. Na? Boah. Ich glaube, ich muss gleich was zu trinken holen. Okay, Freunde. Ich bin wieder da. Ich muss nur ab und zu meine Stimme ölen. Wie gesagt, äh, ich habe aktuell einen, ich habe sehr ekliges Halsweh. Ich bin nicht Corona-positiv, keine Sorge. Ich habe mich schon getestet. Ich habe einfach wirklich legit nur Halsweh. Äh. Ich glaube, irgendwie entzündete Mandeln oder, oder, I don't know, irgendwas im Gaumen auf jeden Fall. Und das war jetzt eigentlich die ganze Zeit gut. Ich habe auch sehr viel Tee heute Morgen getrunken. Und ich habe auch eigentlich die letzten Tage recht viel aufgenommen. Aber vielleicht, äh, muss ich jetzt einfach mal ein, zwei Tage nicht aufnehmen und meine Fresse halten. Äh, damit mein Hals sich mal wieder komplett auskurieren kann. Aber, naja, die Aufnahmen für die Woche, Freunde, die müssen gemacht werden. So, wir sind in Schluchtrand. Sehr skurriles Dorf. Sehr, sehr bunt gemixtes Dorf. Aber, ich bin vor allem wegen Dekka hier. Der Rest ist mir jetzt erstmal egal. Vor allem, weil hier jetzt auch erstmal keine andere Quest zu sein scheint. In die Richtung müssen wir, ne? Da unten, da unten steht sie. Ich sage die Wahrheit. Hör auf ihn, Aroki. Keine Chance. Er ist ein Verräter. Was ist denn hier los? Dekka, was ist hier los? Aloy, zum Glück bist du hier. Das ist Aroki. Der Anführer von Schluchtrand. Du hast dir also die Streiterin des Häuptlings zur Rückendeckung geholt. Dann musst du Kervo sein. Mein Enkel. Und ein Soldat, der seine Fehler wiedergutmachen will. Oder der uns in eine Falle locken will. Er wurde erwischt. Von den Speern, als er ums Dorf herumschlich. Ich bin nicht herumgeschlichen. Ich kam, um euch zu warnen. Die Rebellen planen einen Angriff. Sie wollen eine Maschine durch dieses Dorf schicken. Ich verließ meinen Posten, als ich merkte, was sie planen. Ihr müsst mir glauben. Wo sind die Rebellen jetzt? Auf der Jagd, nach der Maschine, nördlich von hier. Ich kann euch den Weg zeigen. Du wirst dich nur in einem Urteilskampf zeigen. Du verrietst dein Clan. Dein Häuptling. Blut und Klingen werden über dich entscheiden. Ich kämpfe gegen wen du willst, nachdem wir den Angriff vereiteln. Wozu dieses Dorf zerstören? Ich dachte, Regala kämpft gegen Hekaro. Hekaro war Tiefländer, bevor er Häuptling wurde. Anders als der Wüsten- und Himmelsclan stehen wir unerschütterlich hinter ihm. Schluchtrand ist die strategische Mitte zwischen dem Hain und der Hauptstadt an der Küste. Das stimmt. Wir hatten Befehl, Hekaros Nachschub durch den Tiefland-Clan zu stoppen. Ich dachte, wir kappen Versorgungslinien und schlachten kein ganzes Dorf ab. Du sagtest, du bist desertiert, als du von dem Angriff erfährst. Woher der Sinneswandel? Als ich ihnen beitrat, dachte ich, Regala würde uns zum Kampf gegen unseren alten Feind führen, die Karcher. Aber wir töten uns bloß gegenseitig. Und wofür? Stolz? Vergeltung? Als mein Trupp Führer uns also sagte, dass wir dieses Dorf zerstören wollen, verließ ich meinen Posten. Glaubt seine Lügen nicht. Jeder, der den Stamm verließ und sich Regale anschloss, wusste genau, worauf er sich da einlässt. Nein, nicht jeder. Wenn Kevo die Wahrheit sagt, ist das ganze Dorf in Gefahr. Wir müssen die Rebellen finden und aufhalten. Die Rebellen hatten ein Lagerfeuer nördlich des Flusses, an den Klippen. Ich kann euch den Weg von dort zeigen. Okay. Lass ihn frei, Aroki. Nein. Ich gebe ihm keine Chance zur Flucht. Der Verräter bleibt hier, bis zu seinem Urteilskampf. Ich berufe mich auf Blut für Blut. Ich nehme Kevos Platz ein, bis er zurückkehrt. Du machst einen Fehler, Kaplanen. Der Clan braucht deine Führung, nicht die Lügen dieses nacktarmigen Jungen. Der Ritus gilt. Kevo geht mit Aloy. Dann gehe ich auch. Wenn er die Wahrheit sagt, braucht ihr mein Schwert. Wenn er lügt, durchbohre ich ihn. Zuerst muss ich hier einiges regeln. Dann bringe ich den Jungen zum Treffpunkt. Gut. Wir sehen uns dort. Puh. Okay. Dann wurde jetzt aus... Wir versuchen, ihren Sohn zu bekehren. Wir versuchen, dieses Dorf vor der absoluten Vernichtung zu retten. So schnell kann sich hier das Blatt wenden. Und ich bin gespannt, ob Regala sich wieder irgendeine Monstermaschine gezogen hat. Ich habe tatsächlich in der Arena gegen ein neues Monster gekämpft. Und ich glaube, ich beschreibe es am besten mit dem Pokémon Lapras. Ohne Scheiß. Wenn ihr es seht, werdet ihr es verstehen. Ich weiß nicht genau, wie das hieß. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Es ist auf jeden Fall sehr groß. Es hat so ähnlich die Größe. Etwas kleiner als das Mammut. Aber es sah legit aus wie ein Lapras. Ja, wir müssen, glaube ich, einfach nur diesen Berg dann da hoch. Dann schauen wir mal, mit was sie angreifen. Aber es war eher so ein Wasser. So eine Wassermaschine. Also vielleicht finden wir die dann eher, wenn wir Poseidon holen. Ich vermute eher, dass es wieder irgendwo am großen... Oh, das sind Enemies! Ups. Scheiße. Ich dachte eigentlich, das wären unsere Freunde. Aber... Okay, die ist tot. Stabil. Aufpassen, ne? Aufpassen. Nochmal aufpassen. Oh, ich bin schon für 26. Geil. So, wir versuchen dem Kollegen mal sein Schild kaputt zu prügeln. Oh, ich habe 10 Fertigkeitspunkte, sehe ich gerade. Holy shit. Holy shit. Okay, der verprügelt mich komplett. Oh, scheiße. Warte mal. Okay, sein Schild ist am Arsch. Aber ich kann ihn energetisieren, wenn ich seinen Scheiß... Arm treffe. Ich treffe den Dude nicht. Scheiße. Ich habe es nicht hinbekommen. Okay. Aber jetzt kille ich erstmal den Bro. Sehr gut. Okay, irgendwie habe ich teilweise keine Soundeffekte. Der Ton wirkt in dieser Passage etwas kaputt. Ähm. Das ist ein sehr skurriler Kampf. So. War es das? Oder ist hier noch mehr? Aufpassen, ne? Ne. Okay, irgendwas ist mit diesem Kampf los, Freunde. So, aber warum sind die Regalas Rebellen? Hä? Warum chillen die hier? Wollte uns Kevo doch in die Falle locken? Oh, das war es doch schon. Okay. Sollten diese Rebellen jedem auflauern, der herkamen? Kevo hat einiges zu erklären. Ja. Ich recheide am Lagerfeuer auf ihn und Aroki. Okay, warte mal. Hier sind noch ein paar mehr... Ein paar mehr Kisten. Was ist denn mit dem Ton auf einmal los? Teilweise haben Nahkampfattacken von mir einfach keinen Ton mehr. Sehr, sehr, sehr skurrile Momente, meine lieben Freunde. Oh, da ist noch eine... ...ne lila Truhe. Ist da vielleicht was Sinnvolles drin? Äh. Nein, Moment. Hier müssen wir hin. Tränke. Sehr viele Tränke. Das ist doch gar nicht bad. Ich nehme noch ein paar mehr... Das ist Reserve für später. ...ein paar mehr Bären mit. Das kann, denke ich, nicht schaden. Ich habe jetzt nicht gerade sehr glorreich gekämpft, muss ich jetzt einfach mal sagen. Aber gut. Dann schauen wir mal, was hier abgeht. Kann ich mit dem Feuer interagieren? Nee, ich kann doch nicht mit dem Feuer interagieren. Irgendwas ist hier gerade. Ah, jetzt halt warten. Okay, doch. Irgendwas ist hier gerade ganz weird. Wie du willst. Aber das ist ein Fehler. Und meine Waffe? Du glaubst doch nicht. Jetzt gib sie ihm, Aroke. Wir müssen weiter. Geh voraus. Okay. Dann folgen wir dem Kollegen mal. Seine Mutter sitzt für ihn daheim im Gefängnis. Wenn der uns verrät, holy shit, dann ist das ein Hurensohn. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Okay. Geht noch weiter nach oben? Okay. Boah, der Himmel. Schaut euch mal den Himmel an. Da ist der Klippenwasserfall. Und es ist niemand dort. Ganz wie erwartet. Gehen wir einfach weiter. Mir gefällt das nicht. Okay, müssen wir jetzt rüberklettern? Ja. Okay. Hm. Boah, verrät der wirklich seine eigene Mom? Nein, sowas macht doch niemand, oder? Die sich für einen komplett opfert. Das kann ich mir nicht. Komm schon. Kevo. Mach nicht diesen. Ich hab Vertrauen in dich. Ich hab wirklich Vertrauen in dich. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Doch, da ist eine Maschine. Bist du ein Enemy? Oh, scheiße. Okay. Ärgerliche Momente, Freunde. So, jetzt geht's hier los. Ich hab den irgendwie im ersten Moment nicht gesehen. Zack. Okay, ich kann die nicht treffen. Es ist sehr dunkel. Okay. Meine Kampfgeräusche machen irgendwie immer noch nicht das, was sie tun sollen. Aber das ist jetzt erstmal kein Stress. So. Dann erledigen wir kurz den. Mit was für einer Maschine haben wir es hier eigentlich zu tun? Ein Behemoth. Oh. Die kenn ich aus. Die kenn ich aus Zero Dawn. Sehr schön. So, hoch da, hoch da. Okay, ich komm da nicht hoch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich hab nur noch zwölf Leben. Holy Shit. Was ist denn hier los? Okay, 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 okay. So, da oben ist noch jemand. Der ist irgendwie benommen. Aber ich sehe nichts mehr. Warte mal. Ich kann mich da irgendwo hochziehen. Okay, Moment. Aufpassen. Das war eigentlich ein Treffer, würde ich sagen. Aber irgendwie sieht das Spiel meine Treffer nicht so ganz, wie ich meine Treffer sehe. So, sehr schön. Das war ein Schwachstellen-Treffer. Bloß wir haben es leider nicht ganz gehört, weil wir keinen Ton haben. So, kurz einen Trank trinken. Beeren auffüllen. Okay. Freunde, wir sind wieder am Start. So, sind hier noch irgendwo Enemies. Außer der Behemoth natürlich. Zack, du. Ich markiere mich, dich auch mal. Sehr schön. Okay. Jetzt, Freunde. Jetzt geht's hier los. Also, nee. Irgendjemand schießt noch auf mich. Da hinten. Du. So. Dann mache ich mich einmal so. Der ist down, glaube ich. Ach nee, das ist unsere. Ach, scheiße. Ich erkenne in dem Dunklen nix. Alles klar. So, Freunde. Mit was haben wir es hier zu tun? Äh. Oh, damn. So, markieren. Säurekanister. Ja. Das wird... Ach, scheiße. Ich habe gar keine Säure mehr, ne? Okay, probieren es mal mit Frost. Wir probieren es mal mit Frost. Okay, ich sterbe gerade. Ich sterbe gerade. Juklin-Frost. Ja, Frost juckt ihn, oder? Nein, nicht so ganz. Doch, er ist eingefroren. So, jetzt einfach schön einen Behälter nach dem anderen ab. Ein Behälter nach dem anderen ab, Freunde. Sehr geil. Da habe ich irgendwas abgetrennt. Oh, ich glaube, ich habe die komplette rechte Seite von seinen Schwachpunkten hier abgetrennt. Oh, scheiße. Oh, damn. Ich hänge hier an der Klippe. Oh, scheiße. Der darf mich nicht runterfeuern, Guys. Jetzt. Mhm. Ja. 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 Okay, wir machen gut Damage. Okay, er macht mir aber auch gut Damage. Ich sollte vielleicht nochmal meinen Lappenbogen ausrüsten. Ich sollte vielleicht nochmal meinen Lappenbogen ausrüsten, damit ich Säurepfeile habe. Die habe ich einfach aktuell nicht am Start. Oh, die fehlen mir. Oh, jetzt macht er wieder das. Da flüchte ich instant. Da flüchte ich instant. So, dahinter ist, glaube ich, Löschwasserbehälter. Da habe ich leider noch nichts aktuell, um den Damage zu machen. Aua. Warum geht der Kollege eigentlich nur auf mich? So, jetzt machen wir Feierabend, Mann. Putz. Holy shit. We're Mod durchsuchen. Keine Ahnung, ob da irgendwas Sinnvolles dabei ist. Wir akzeptieren das einfach. So. Und jetzt einfach sehr, sehr, sehr viel Stuff. Okay, das Spiel sagt, ich soll mich unbedingt heilen. Heile ich mich nicht irgendwann von alleine? Ich glaube, ich heile mich doch irgendwann von alleine, oder? Wir schauen mal nach. Bleib mal hier ganz entspannt. Das sind, glaube ich, alles Lohelbehälter hier, ne? Ja. Okay. Da liegt auch noch was. Davon ist auch noch guter Loot. Aber, Kevo hat die Wahrheit erzählt, Freunde. Dementsprechend. Schauen wir mal nach. Kevo, du blutest. Mir geht's gut. Nur der vereitelte Angriff zählt. Dank deiner Warnung. Du hast viele Leben gerettet. Dann komm. Ab zurück nach Schluchtrand. Ich hab... wohl ein paar gebrochene Rippen. Geh du voraus. Ich bring ihn zurück ins Dorf. Okay. Ich sag Decker, was passiert ist. Sehr schön. Okay. Dann lösen wir direkt wieder zurück. Und dann können wir hoffentlich einer Mutter erzählen, dass ihr Sohn sie nicht übers Ohr gehauen hat, sondern dass er ein ehrbarer Mann ist. Ich hoffe immer noch darauf, dass ich anfange, mich selber zu heilen. Man heilt sich doch selber, oder? Klicke ich damit so falsch? Ich dachte, Eloy könnte das. Warte mal. Ich gebe jetzt erst mal meine 10 Fertigkeitspunkte aus, Geist. Und zwar hier... Komm, ich mach bei Überlebende weiter. Was soll's? Da haben wir echt guten Stuff. Abprallbombe. Feuere eine Sprengstoffbombe ab, die mit jedem Abprallen stärker wird. Boah, damit kämpfe ich halt gar nicht, ne? Gesundheitstränge bieten mehr Heilung und werden schneller konsumiert. Sehr gut. Das gefällt mir. Bau ihm Mut auf, wenn du von Gegnern getroffen wirst. Ja, kann auch nicht schaden. Sehr schön. Ähm, dann haben wir hier... Stelle Gesundheit automatisch schneller wieder her, wenn du in kritischem Zustand bist. Da sehe ich uns. Bessere heilende Bären bewirken mehr und schnellere Heilung. Gesundheitstränge bieten mehr Heilung. Ja, wir gehen jetzt voll auf den Zweig. Nahkampfangriffe verursachen mehr Schaden, wenn du schwer verwundet bist. Fernkampfangriffe verursachen mehr Schaden, wenn du schwer verwundet bist. Boah, da bin ich eigentlich immer nie so Fan von. So dieses, wenn du am Arsch bist, dann kriegst du was. I don't know. Ich fühl das irgendwie nicht so. Was ist das, der Dreifach-Häcksler für unseren Häcksler-Handschuh? Boah, nee. Da mach ich eigentlich auch nicht so viel mit. Ich glaube, ich hab hier fast alles, was ich will. Was ist das hier noch? Boah, Mut auf, wenn du von Gegnern getroffen wirst. Hm. Okay. Pflanzensammlerin. Sammle mehr Rohstoffe von Pflanzen. Okay, das ist actually cool. Und das ist hier dieser Abprall-Shit. Und dann haben wir hier noch... Mehr heilende Bären im Beutel. Ist auch geil. Und was ist das Letzte? Halte mehr Schaden aus, wenn deine Gesundheit kritisch ist. Hm. Okay, dann werde ich mich, glaube ich, hier so Stück für Stück diesen Baum nach unten jieten. Aber ich glaube, ich mach, dass mein Nahkampf besser wird bei niedriger Gesundheit. Weil meine Gesundheit ist vor allem dann niedrig, wenn Maschinen mir einfach direkt vor der Fresse stehen. Ne? Und in mich reingerattert sind. Und dann werde ich wahrscheinlich eher mit dem Nahkampf reinprügeln. Na, okay. Also hier habe ich diese ganzen aktiven Fähigkeiten, finde ich jetzt alle nicht so Bombe. Aber so prinzipiell ist das schon in Ordnung. So, aber hier vorne ist ja noch mein Vorrat, Guys. Dann heile ich mich mal kurz. Mit dem, was ich noch habe. Stimmt, wir heilen ja jetzt auch mehr. Und schneller. Oh, nice. So, und dann füllen wir mal wieder kurz auf. Optimal. Und dann gehen wir jetzt, äh, zu Deca. Die war hier vorne. Genau, da bin ich vorhin auch einfach so runtergejumpt. Da in diesem, in diesem Knast steht sie wahrscheinlich, oder? Wurde sie eingeknastet? Ich meine, theoretisch schon. Yes. Ohne Cabo und Aroki. Drei gehen, nur du kehrst zurück? Was ist passiert? Cabo hat die Wahrheit gesagt. Die Rebellen hatten ein Behemoth. Cabo wurde im Kampf verletzt, aber der Angriff ist vereitelt. Aroki. Bereut seine Zweifel an dem Jungen. Dein Enkel hat sich als ehrlich und tapfer erwiesen, Kaplanin. Er ist dem Tiefland loyal. Dann lässt du ihn frei? Er hat die Freiheit verdient. Doch es braucht noch viele Taten, damit auch der Rest des Clans ihm wieder traut. Ich tue alles dafür. Danke, Aloy. Genau. Schluchtrand steht tief in deiner Schuld. Als erstes Zeichen des Dankes. Danke. Wenn du wieder gesund bist, habe ich dir so vieles zu zeigen. Willkommen zurück, Cabo. Cool. Schöne Quest. Wir haben eine Grenzstolperfalle erhalten. Ah, ist das überhaupt eine bessere Waffe? Ja, moin. Ja, moin. Und die kann Schock, Feuer und, ich glaube, einfach Explosionsschaden. Damn. Die ist einfach viel besser als die, die wir haben. Hier, wir haben die. Die hat auch Schock und Feuer, aber mit 24 und 25. Die ist einfach, die ist einfach in allen Belangen besser. Ja, arschgeile Sache. Zack. Weg mit meiner Lappenstolperfalle. Wir haben jetzt eine lilane. So, und ich bin wahrscheinlich eher mit Schock als mit Feuer. Warte mal. 7% Feuer. Okay, 7% Schock. Ja. Dann hauen wir hier Schock drauf. Bam. Let's go. Und dann haben wir uns mit dieser Quest einfach eine fette Stolperfalle ermöglicht. Das ist geiler Scheiß. So, mit meinen zwei Fertigkeitspunkten komme ich, glaube ich, hier unten noch nicht viel weiter, oder? Doch. Baue Mut auf, wenn du von Gegnern getroffen wirst. Ja, das finde ich eigentlich eigentlich ziemlich cool. Zack. So, und dann kommt als nächstes, sammle mehr Rohstoffe von Pflanzen. Das ist halt übertrieben fett. So, zwei Fertigkeitspunkte brauche ich noch dafür. Das ist super strong. Okay. Einige Stolperfallen können Schild... Ach nee, das sind Schilddrähte. Um ein Energieschild zu erzeugen. Der Schild blockt alle Geschosse. Absorbiert der Schild. Zu viel Schaden explodiert er. Okay. Das ist ja mal ultra verrückt. Geiler Scheiß. Okay. Dann hätten wir die Quest auch abgeschlossen. Hier drüben ist da noch ein neues Jagdgebiet, wo wir theoretisch vorbeigucken können. Da wir nochmal in Maschinen rennen. Und da ist auch noch so ein Flugschreiber. Ich glaube, gerade die beiden Flugschreiber, die hole ich eventuell offscreen oder schneide sie euch zusammen. Das Jagdgebiet werde ich vielleicht auch kurz fix machen. Und das Maschinenrennen. Und dann werden wir Stück für Stück zu Poseidon steppen, Freunde. Ich freue mich sehr darauf. Danke fürs Dabeisein heute. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön an den Paulson, Lordrioma und C.O.N. Kumara für euren unfassbaren Support bei Kanalmitgliedschaft.